Schöne Leute, willkommen zurück zu Let's Blade, können wir im Blatt grün Ja, es ist noch nicht vorbei Jedenfalls für mich noch nicht Es wird dann auch noch fortgesetzt auf InfoKLP, müsst ihr einfach mal vorbeischauen Ich werde einfach mal wohin fliegen Dort hin So Und dann Es gibt nämlich noch eine Sache, eine wichtige Sache zu tun, bevor es für mich abgeschlossen ist Das Projekt Dafür muss ich schauen, was wir alles dabei haben Das reicht Und Dacher Level 10 Oh mein Gott Geschickt ausweichen Oh mein, das ist ein Kraftwerk Das ist ein Kraftwerk Oh, Moment Ich habe keine Lust auf wenige Pokémon Ähm Tapschutz, Tapschutz, Tapschutz da Ach, hier muss man auch aufpassen, weil wieder manche Pokéball-Electroballs sind, das ist ein bisschen gay, aber Ich kann mich auch noch erinnern, etwa welches Ja, so viel zu, ich kann mich erinnern, welche Elektroball waren und welche nicht Darüber überschlossen ist, ich kill's einfach, bevor es angreifen kann Ich kill's einfach, bevor es angreifen kann Nix mehr mit Finale Ich muss den raus wirklich herausfinden, weil ich keine Ahnung hab, wo Zapf das ist. Natürlich ist das auch nur Elektroball. Ich muss die in der Seite betrachten. Ich möchte einen Mauern anordnen. Ja, wir sind noch nicht. Das passiert! Ich möchte ihn nicht sehen. Dann müssen wir hier die Infine nehmen. Ich bin nur das auch. Dann müssen wir einen Paar kommen. Oh! schlitzer ich bin jetzt schon mal mit den ersten überfällen sind die da über die Hyperball Ey Hyperball Hyperball Ach komm schon ey Das letzte Part Da kann es doch einmal funktionieren Hyperball 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 Komm schon Hyperball 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 Ich habe leider Frustration Pokeball Oh, hat nicht funktioniert Greift doch mal die Viecher an Lass es nochmal umbringen damit ich endlich die Pisa Flora wechseln kann ey Ich glaube mit Pokeball wird es nix Egal weiter Spam Kann das nicht schon Norbert oder irgendeine andere Achso ich bin wohl Fass mit dem Pokeball ey wie geil wäre das gewesen ey Komm schon Bleib drinnen Stich habe ich denn davon Okay Überbebe Naaah Komm ey Fertig Greeny Schlaf guter Du Sauviech Hyperball 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 Kom 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 schon du Ohhhh Schlafpuder Toll Zaptus wurde gefangen Ja Gott Verdammt hier Endlich Da haben wir Da haben wir unsere drei Aber ich möchte so ein bisschen Spitznam geben Ähm 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 Ne Nicht so Das würde gar nicht auf So Blay dann gehen wir hier noch raus und damit sehen wir uns jedenfalls nicht mehr mit mir sehen wir uns dieses Projekt nicht mehr weiter das war's für mich für mich ist pro Komplettriebe nun abgeschlossen Sia Leute bis zum nächsten Mal wenn ihr noch ein paar Part sehen wollt geht auf Windwolkelp schaut vorbei ich packe den Link wieder in die Beschreibung und wir sehen uns dann See you!